Direkt an der Autobahn 10 Abfahrt Oberkrämer. Nur eine Dreiviertelstunde Fahrzeit von Berlins Zentrum Richtung Norden liegt der Fischermanspartner-Angelladen Fehlefanz. Gerade die nach Norden durchreisenden Angler unter euch finden hier ein großes Sortiment für die deutsche und skandinavische Küste. Auf 800 Quadratmeter Verkaufsfläche erwartet euch ein riesiges Sortiment für alle Angel- und Fischarten. Von der leichten Pose zum Friedfischangeln bis hin zum schweren Angeln auf Süß- oder Salzwasserfische. Hier findet jeder sein Tackle. Natürlich gehören auch Wartbekleidung, Jacken, Mützen und Handschuhe sowie Stühle, Liegen und Kescher jeder Größe zu unserem Angebot. Top-Produkte und Top-Marken wie Gamakatsu, Rod Rodman, Zaxes, Sensas, Elex, Mustard, Pensen & Mitchell, Quantum, Storm, Rino, Crazy Cat, VMC, Savage Gear oder Korda warten auf euch. Mit den Artikeln von Stuckitun findet ihr den Marktführer für das Ränkenangeln auch bei uns. Eine riesige Auswahl an Shimano-Produkte könnt ihr im Fischermanspartner-Angelladen Fehlefanz erwerben. Euer Fischermanspartner-Angelladen Fehlefanz direkt an der Autobahn 10 Abfahrt Oberkrämer. Kommt vorbei, es lohnt sich!